Hallo ihr Lieben, Alex von Mecki hier mit einer Eilmeldung. Der ausgebüchsene Löwe aus dem Großraum Berlin ist wieder aufgetaucht und es gibt neue Filmaufnahmen von ihm. Experten sind der Meinung, dass von ihm zur Zeit keine Gefahr ausgeht, denn er ist jetzt erst mal satt. So, das war's auch schon. Alles Liebe, viele Grüße und halte die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Alex von Mecki.